Im Landkreis Lüchow-Darmenberg gibt es Menschen, die dieser Ideologie nahestehen und auch organisiert sind in Nazi-Organisationen wie der NPD. Die leben dort halt. Also in den letzten zwei Jahren sind nach Bibese drei Personen gezogen, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Die leben dort und das hat sich da zu einem Treffpunkt der Szene etabliert. Jedes Wochenende kann man dort halt Neonazis aus unterschiedlichsten Gruppen und aus unterschiedlichsten Regionen Norddeutschlands auch antreffen. Ja, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Nazi-Szene dort natürlich wesentlich stärker als in Niedersachsen, speziell im Wendland. Aber da haben wir das eben, dass Nazis gezielt in bestimmte Orte ziehen, dort siedeln und zum Teil ganze Dörfer übernehmen und alle anderen Menschen dort verdrängen. Das wollen wir halt darstellen, wie es eben da aussieht und wie die Menschen da auch eben mit leben müssen und wie auch Widerstand aussieht. Das soll im einen Teil der Veranstaltung deutlich gemacht werden. In erster Linie geht es darum, Öffentlichkeit zu schaffen, damit eben die Menschen wissen, wer ihre Nachbarn sind. Dass man eben ein Auge drauf hat, was die dort tun, damit man eben, wenn diese Personen sich organisieren, wenn sie nach außen wirken, Leute ansprechen, dass man dann eben auch sich dort hinstellt, denen die rote Karte zeigt, dass eben keine Verfestigung dieser Szene und kein weiteren Zuzug auch in die Orte mehr stattfindet. Und dazu bedarf es eine breite Öffentlichkeit und die muss eben erst mal informiert werden.